zu Judgment. Ich hoffe, du bist wieder mit dabei. Das wird wahrscheinlich jetzt wirklich die letzte Folge sein. Ich sagte schon zwei, drei Folgen davor, aber weil man es nicht einschätzen kann. Und zwar Leute, ich habe schon die erste Runde gegen Kuroiba gewonnen und ich habe es auch leicht eingestellt, weil ihr werdet gleich sehen, wie ich die ganze Zeit kämpfe. Auch davor. Und genau, ich habe die erste Runde gewonnen. Der ist vom Fenster runtergeflogen. Dann ist er wieder hochgekommen. Und dann hat er sich Adrenalin gegeben. Und jetzt hat er wieder komplett volles Ding gehabt. Und guck, so kämpfe ich die ganze Zeit. Ich packe mir das. Und dann mache ich so, dann gehe ich zu dem rüber. Und schiebe den die ganze Zeit so. Genauso guck, wie viel Lebensabsicht, weil es auch leicht eingestellt wurde. Ich schiebe den so. Oh shit, das habe ich jetzt nicht damit gerechnet. Damit habe ich jetzt erst nicht gerechnet. Aber das ist halt mein Plan die ganze Zeit. Leute, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da und abonniert den Kanal. Genau so mache ich die ganze Zeit. Genauso kämpfe ich. Die ganze Zeit schon. Ich hätte es nie im Leben schaffen können. Und so lade ich bisher mein Ding auf. Also nicht mein Ex-Move. Also so kann ich mein Ex-Move nicht aufladen, aber mit Dingern. So habe ich ihn besiegt, weil ich auf leicht eingestellt habe und die ganze Zeit Ex-Move eingesetzt habe. Plus ich habe die Coach genommen, habe immer auf den Dinger eingeschlagen. Ganz normale Schläge. Und dann hat sich so mein Ex-Move gefüllt. Und so habe ich ihn noch irgendwann besiegt. Das hat aber auch echt Dinge. Auch auf leicht habe ich das gemacht. Ich hätte niemals besiegen können, Leute. Dann sag es mal so. Also ich hätte es nicht geschafft. Ich habe mich nicht die Zellen. Ich habe ihn mit einem neuen Freund gemacht. Ich habe noch nicht die Zellen. Nein. Das war doch einfach nicht. Aber wir brauchen einen Anwalt. Yagami, Vater! Shonoh! Shonoh. Don't move! Drop the knife! Just telling him to stop's not gonna do shit. Shonoh! 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 Your little... experiment game... Shonoh! 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 dass ich sie nicht mehr brauche. Was ist das? Das? Das ist eine Dose von AD9. Du siehst? Ich habe es endlich gemacht. Was machst du? AD9 ist jetzt fertig. Alles, was ich habe, hat sich in diese eine Syringe. Es gibt keinen Fehler bei dieser Zeit. Hier ist die Beweise. Ich zeige euch mal und für alle. Ich zeige euch mal, dass mein Geheimnis ist eine Realität. Wie viele Menschen hat dein Geheimnis getötet? Menschen? Menschen? Aber es wird Millionen, vielleicht Millionen Millionen über den ganzen Welt. Das ist das, warum du es okay war, um eine Innocenten Frau zu töten? Huh? Das ist das, warum du sie zu sterben und verbringst die Beweise? Okobu-kun hat die Fall für alle. Du hast einen guten Mann zu sterben. Ich wollte nie jemanden. Aber es musste passieren für AD9. Es war die einzige Weg, um alle zu retten. Die Toxin ist irremovable. Die Toxin ist irremovable. Die Verwendung von AD9 wird immer wieder in der Todesmacht. Die Beweise hat mir gesagt, dass sie das nicht verletzt hat. Ich habe das nicht gesagt, dass sie das nicht verletzt hat. Und ich habe das nicht gesagt, dass sie das nicht verletzt hat. dass er ein paar Menschen hat, dass das alles nicht getan hat. Und wann genau Shono-san sagt dir das alles? Nur den anderen Tag. Es war nach dem, dass ich das, dass ich in diesem Trial entschieden habe. Aber 89 ist meine Drogen! Ich bin derjenige, die es geschafft hat! Und jetzt werde ich es endlich prüfen! Prüfen, dass meine Forschung alles wert ist! Prüfen, dass ich richtig gemacht habe, was ich gemacht habe! Wait! Für die lange Zeit, meine Mutter hat mich für beide meine Dementia-Bilden Eltern gegründet haben. Once die Deseese hat finally, mercifully taken sie, meine Mutter hat auch. So, Sie sehen, Alzheimer hat viele Lieblings-Bilden gegründet, sogar von mir. Aber jetzt, es wird niemand mehr nehmen. Ever wieder. Meine ganze Karriere als Forscher, das ganze Zeit, die ich entwickelte A.D. 9, jede Minute hat diesen Moment gebracht. Aber ich... Aber warum... So, das ist warum... Ich verstehe... Wenn ein Patient ist mit A.D. 9, sie erleben intensiv Schmerz, auf der Kopf, und ihre Augen werden mit einem Schmerz blühen. In der Ende... Es ist ein Schmerz. Wie für die Augen... Die Toxen, die in A.D. 9, sind die Schmerz blühen. Schöne-Kun hat so viel gesagt. Wenn sie das bemerkt haben, dann wäre es klar, die Experimente zu haben. Und deshalb... jeder Körper, die in Kamuro-Cho entdeckt wurde mit den Augen entfernt. Schöne-Kun sie entdeckt. Alle in einem Schmerz, in einem Schmerz zu verhindern, die... schreckliche Wahrheit seiner Fehler. in einem Schmerz zu verhindern. Das ist gut, Yakami-Sensei. Das nächste Woche, oder? Das ist bald. Es wird schön, nachdem alle diese Jahre zu sein. Die... der Re-Triale für Emi's Case wird. Das wird mehr von von einem Formalität als alles. Und nicht mehr. durchfühlen. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Actually, uh, I brought someone else who wants to talk to you today. Huh? Fumia, go. You can take it from here. You're welcome to stick around, you know? Thanks for this, Yakimi-san. Shono and Kuroiwa are both dead, huh? And Nijinose and Morita are behind bars. Thanks to Yagami's agency, yes. Things may be somewhat hectic from now on, though. The health ministry is in turmoil, as is the ADDC. Yes. The center will likely be shut down. In the end, I suppose things worked out for Kajihira. That's unacceptable. Well, you're in luck, Sauri-kun. Sounds like they're investigating his collusion with Minister Kazumi. The police are already on the case. Everyone tries, but you can't escape the law. I suppose all bad deeds will come to light eventually. Yeah, you got that right. Oh, and speaking of... Yes? I'm no senile old fool. Your little fling is clear as day. Huh? I'll have none of that in my office. Is that clear? Oh... I had no idea, sir. There's nothing to be afraid of. Well, you kids are all the same. Never listen to an old fart like me. Though it's not like we're any better, huh? Huh. Always ignoring our elders. Right? Old friend. You know, I really wouldn't mind you going back. I mean, back to being an attorney again. It's not like we got work coming in. Maybe I could find a job at another agency or something. What are you talking about? I'm not gonna abandon our business like that, man. But this is your chance to be an upstanding citizen again. Come on, man. You know how much of a gaping shithole this city is. Only a dumbass would be a detective here. Well, thank you very much. Kaito-san's right, though, you know? I mean, just think about it. People would line up just to have you represent them. It shouldn't even be a question. You think so? Of course I think so. Kaito-sensei would love to have you back at his office. And, um, I'm sure Matsugane-san would agree with him. Yep. She's right, man. Everything's light up to this point. It's like your story's circling back around. There's this fancy French word. Uh, starts with a D. This is your... Your denouement? That's it! Would you two give it a rest? Huh? I quit. I'm not a lawyer anymore. I'm a detective. But funny enough, if I hadn't left Genda's, I never would have proven Okobo-kun innocent. Well, yes, I suppose that's true. Pretty damn ironic. It's been three years now since I abandoned the truth and left my job as a lawyer. But it turned out that decision led me straight to the truth I tried to run away from. Guess it goes to show you never know where your choices will take you. It's destiny. That's what you guys were saying just now, right? So... No matter what decisions you might make, what comes after matters most. The real important takeaway from all this is to never give up. I... guess. By the way... Hm? What is it? I was just thinking about how I looked in that suit. I didn't really pull it off, did I? I knew it. That settles it. I'm never wearing a suit again. No way, no how. Hey, you know, now that's another plus of staying a detective. Seriously? Seriously? Hello? Yagami Detective Agency. Huh? Your cat ran away and it still hasn't come home? What do you think this is, lady? A pet shop? Oh yeah? We'll do it. Ask her some more about the cat. But Yagami-kun... Chaco. And she's five? Just send us a picture, yeah? Alright, time to get some catnip at Don Quixote. Kaito-san. Hmm. This is our first job in a while. Now let's go find that lady's cat. Ha la, die poses im Schluss war geil, ale. Ja, Leute. Danke, dass ihr auf jeden Fall mitgemacht habt. Bisschen mitgemacht habt, meine ich, dass ihr mitgewirkt habt, so. Und ja, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Aber es ist nicht vorbei, Leute, denn der zweite Teil von Judgements, also Lost Judgements, kommt doch am 23. September, ich weiß jetzt nicht. Und da werden wir uns auf jeden Fall wiederhören. Ja, ich kann es nicht mal überspringen. Also ihr könnt das Video, wenn ihr wollt, jetzt schon abschalten. Aber... Oder die Musik genießen. Ja, ich kann es nicht mal goethe. Abonniere den Kanal Aktiviere die Glocke, die Glocke, die Glocke Und schau mal unten in der Videobeschreibung nach Unten in der Videobeschreibung nach Kommt jetzt einzeln rein oder was? Also Leute, ihr könnt auf jeden Fall kommentieren, wie ihr es gefunden habt Könnt ihr auch sagen Ich habe echt gedacht heute, also heute meine ich jetzt diese Folge wird sich auch wieder übel ziehen Ich bin halt deiner, ich will immer wissen, was zum Schluss kommt Was passiert? Ich bin so leid, ich bin so leid. Ja, und Judgment war mein erstes Projekt auf diesem Kanal, mein erstes Gameplay. Also dieser Gameplay, was ich jetzt gemacht habe, ist mein erstes komplettes Video, wo ich jetzt, also dieses Let's Play, was ich jetzt gemacht habe von Judgment, also was ich vollkommen fertig gemacht habe. Sonst habe ich gar nichts, also ich habe sonst gar keine Spiele gespielt gehabt auf dem Kanal. Das ist jetzt mein erstes offizielles Spiel, sag ich mal, auf diesem Kanal. Judgment. Ist das die Katze? Der ist die Katze. 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 Wie ist es jetzt da rein zu kommen? Wenn jetzt noch eine Musik kommt. Leute, ich glaube, das wird noch so weiter gehen. die zeigen so im Hintergrund jetzt wo die Katze und so ist also die suchen die Katze sozusagen finden die Katze nicht ich glaube aber nicht mehr das was wichtiges kommt aus dem Grund werde ich jetzt hier auch das Video beenden und lasst mir auf jeden Fall eine Bewertung da hier ist es spannend Hade Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020